Radio Klartext Nachrichten Das zweite deutsche Fernsehen, ZDF, soll möglicherweise verkauft und privatisiert werden. Ein Expertengremium hat laut Welt einen entsprechenden Acht-Punkte-Plan vorgelegt. Demnach sei auch der Verkauf des ZDF denkbar, einige Bundesländer haben bereits angekündigt, einer weiteren Erhöhung des Rundfunkbeitrages nicht zuzustimmen. Qualität und Ausgewogenheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werde laut dieser Studie mit Verweis auf mangelnde Transparenz systematisch verzerrt oder nicht korrekte Berichterstattung bemängelt, schreiben die Autoren. Durch die Arbeit von ZDF und ARD hätten sich zudem überflüssige Parallelstrukturen gebildet. Die AfD hat bei den Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen in Thüringen im ersten Anlauf zwar noch kein Spitzenamt gewonnen, aber neun von 13 AfD-Bewerbern haben die Stichwahl erreicht. Zum entscheidenden Duell kommt es am 9. Juni zeitgleich mit der Europawahl, hauptsächlich zwischen CDU und AfD. Bei den Wahlen der Kreistage und Stadträte lagen beide Parteien nach Auszählungen etwa gleich auf. Die Kommunalwahlen gelten als erster Stimmungstest für die am 1. September anstehende Landtagswahl. In Umfragen zur Landtagswahl liegt die AfD mit 30 Prozent, weiterhin klar vor der CDU mit etwa 20 Prozent und der Linken von Ministerpräsident Ramelow mit 16 Prozent. Und dies laut Deutschlandkurier trotz einer beispiellosen Hetz- und Verleumdungskampagne von Altparteien und Medien. Um die Abschiebung eines Familienmitglieds zu verhindern, soll ein libanesischer Clan mit schweren Geländewagen und Pickups die Straße zum Flughafen BER und blockiert haben, meldet der Fokus. Zuständig für diese Abschiebung soll das Landeskriminalamt für politisch motivierte Kriminalität gewesen sein. Nach Bildinformationen wussten die LKA-Beamten, wen sie abholen sollen. Vor dem Einsatz bekamen sie Namen und Adresse des Betroffenen, ebenso Hinweise auf dessen Clan-Zugehörigkeit. Nun wird ermittelt, wer die Abschiebungspläne an den Clan durchgestochen hat. Die kürzlich veröffentlichten Protokolle des Corona-Krisenstabes werfen neue Fragen auf. Der Frankfurter Arzt Christian Hafner, der auch die Herausgabe der Expertenrat-Protokolle vor Gericht erstreitet, hat die brisanten Dokumente veröffentlicht. Darin wird deutlich, die Mission des Gremiums war nicht die allgemeine Bekämpfung der Corona-Krise, sondern vielmehr die millionenfache Verbreitung des Impfstoffs. So wurde im ersten geschwärzten Protokoll vom 16. Dezember 2021 festgehalten, dass die Impfquote zu erhöhen sei. Eine interne wissenschaftliche Auswertung dieser Ziele gab es demnach nicht. Dennoch heißt es in den Protokollen, größtes Problem sind die Ungeimpften, obwohl der Krisenstab auch eingestehen musste, dass die Boosterung die Virusausbreitung nur gering verlangsamt hat. Das bei einer linksextremistischen Demonstration gezeigte Banner mit der Aufschrift AfDler töten bleibt ohne juristische Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft Aachen hat das Verfahren gegen die Urheber und Träger des Banners, die sogenannte Antifa-Jugend Aachen, eingestellt. Von Medien und Altpolitiker war zu dem Mordaufruf anders als bei den Vorkommnissen auf Sylt keinerlei Kritik vernehmbar. Nun teilte die Staatsanwaltschaft in Aachen mit, dass AfDler töten keine Straftat sei. Das Lied Ausländer raus verbreitet sich laut Deutschlandfunk in Deutschland wie ein Virus und Politiker befürchten, dass sich daraus eine Bewegung zu entwickeln drohe. L'Amour-Touchour des italienischen Musikers Gigi D'Agostino wird seit kurzem überall in Nachtclubs gespielt und die Behörden wüssten nicht, wie sie mit dem Problem umgehen sollen. Sowohl die Parole als auch der Nazi-Gruß seien laut Sender in Deutschland verboten. Das Wetter. Heute lässt der Regen bis zum Mittag langsam nach. Es gibt Auflockerungen. Höchstwerte je nach Sonne zwischen 16 bis 22 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 14 bis 5 Grad. Und nun weiter mit der besten Musik aus dem Elbtal auf Radio Klartext.